Musik So, hallo ihr euch in die YouTube-Userinnen und User. Hier ist wieder eure Mistesterin und zwar mit einem weiteren Unboxing. Und zwar kommt das Ganze von Pupsi Pups Design3000.de Ja, ich weiß ja schon was drin ist, Edge. Aber ihr werdet es auch gleich wissen. Machen wir das Ganze einfach mal auf. Ich kriege die Versandtasche jetzt nicht so ganz drauf, weil sie nicht groß ist. Also ich habe jetzt aber hier noch nicht reingeguckt, ich muss in den Brief. Deswegen ist meine Adresse und sowas noch mit drin. Da geht es immer sehr gut auf. So, jetzt müssen wir direkt mal schauen. Pups. Ah ja, das war ja immer so, dass das... Genau. Okay, kann ich ja machen. Also hier haben wir einmal die Rechnung. Die nehmen wir mal raus, damit wir auch reinkommen können. Eingepackt hat mir jetzt diesmal die Lydia. Vielen Dank an Lydia. Und nein, es war nichts beschädigt. So, und hier haben wir jetzt mal einige solche Sachen. Ja, was gibt es noch? Gesellschaftsspiele, Anoraks-Taschen. Jo. Und das war's. Wie gesagt, Design3000.de Ja, dann haben wir einmal eine... Die dreimal die Family Work-Gutschein. Egal. Und noch einen Gutschein. Ja. Dann. Oh Gott, das hat ja gar nicht mal auf. Hier haben wir noch was. So ein Rabatthepfen mit verschiedenen Dingen. Das ist bestimmt in jedem immer drin. Was haben wir noch? Eine Zeitung. Die Jolie. Also eine Zeitschrift ist immer mit dabei. Finde ich auch sehr gut. Also wirklich richtig guter Service bei denen. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichem... Ja. Was gibt es dazu zu sagen? Und zwar ist das ein Adventskalender. Machen wir mal auf. Ja, genau. Also, ihr könnt euch das jetzt mal hier schon durchlesen. Also, hier ist nichts Schokoladliches drin, aber ich sowieso finde, dass... Schokoladliche Sachen... Schokolade schmeckt immer eklig in irgendwelche Weihnachtskalender. Okay, hier haben wir erstmal eine Betriebsanleitung. Mit der Vorderseite seht man das nach vorn. Ja, das ist... Ich finde das Ding einfach richtig cool. Also, man hängt das Ding einfach dann an die Wand. So. Ist hier so eine schöne Befestigung schon dran. Und dann sind jetzt hier verschiedenste Dinge drin. Von Basteldingern zu praktischen... Was gibt es noch? Was haben sie noch drin gehabt? Was war noch drin? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Sprüche. Praktisches. Also, ich finde den Kalender richtig cool. Hier steht auch noch drauf. Noch 23 Tage. 1. Dezember reißt man das erste Typchen einfach runter. Und so geht es dann halt weiter. Das 24. Mache ich jetzt garantiert noch nicht auf. Ähm, hinten sieht man jetzt hier nichts. Bei den anderen sieht man jetzt immer so ein bisschen was. Was es sein könnte. Also, Gadgets sind da drin. Also, so kleinere, coole Sachen. Sprüche, Geschichten, Bastelsachen. Wisst ihr was? Ich mache einfach mal Walu ist jetzt schon eins auf. Und im Unboxing mache ich noch eins auf. Welches nehme ich? Nein, wisst ihr was? Schreibt in die Kommentare, welche 5 Tüten ich aufmachen soll. Ich mache aber nicht die 24 und nicht den 6. Dezember auf. Also, das mache ich nicht. Ja? Okay, also schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ich finde den Kalender so geil. Genial. Denn, wenn ihr wissen wollt, was im 6. Dezember und im 24. Dezember drin ist, dann müsst ihr euch den selber kaufen. Preis weiß ich jetzt nicht genau. Link steht aber unten in der Beschreibung. Also, man sieht hier so ungefähr schon, was drin ist. Grob durchgeblättert. Ja. Der ist also ganz einfach gemacht. Aus Tütchen. Schokolade ist sowieso eklig. Finde ich eine ganz geile Idee. Ich mache dann ein Video drüber und mache ein paar Tüten auf. 5, 6 Stück. Wenn ihr irgendeine besondere Zahl wissen, haben wollt, dann schreibt es wirklich in die Kommentare. Jo, das war es gewesen. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Man sieht sich oder mich. Und ciao.